Der Gurgeltaler Hof, ein echter Familienbetrieb. Alles begann mit Arnold Happaches großem Traum vom eigenen Hotel. Heute ist der Gurgeltaler Hof eine Urlaubsdestination, die Ferienträume von Gästen aus aller Welt Wirklichkeit werden lässt. Eingebettet in die herrliche Tiroler Bergwelt bereitet das Hotelrestaurant allen Besuchern eine unvergessliche Zeit. Genießen Sie auf der Panoramaterrasse bei herzhaften Spezialitäten aus Küche und Keller den traumhaften Ausblick auf das ursprüngliche Gurgeltal. Auf der Speisekarte stehen unter anderem klassische Tiroler Schmankerl und ausgesuchte internationale Köstlichkeiten, die garantiert jeden Gaumen in Ekstase versetzen. Nach dem Ausflug in die einzigartige Umgebung des Gurgeltaler Hofes erwartet Sie dann im Wellnessbereich Entspannung pur. Für wohligen Schlaf sorgen die mit allem Komfort ausgestatteten Zimmer. Das Hotelrestaurant Gurgeltaler Hof – ein entspannter Urlaub im Kreis von Freunden. Mehr auf www.gurgeltaler-hof.com